Es war Halloween, Ende 2015, als ich bei zwei meiner Freundinnen, Scarlett und May, übernachtete. May war eher schüchtern und nervös, während Scarlett immer die Selbstbewusste war. Jedenfalls trafen wir uns gegen 15 Uhr und schlugen in meinem Garten ein Zelt auf. Darin legten wir einen ziemlich flauschigen Teppich aus und es wurde zu einem gemütlichen Ort. Wir stellten es neben dem Hintertor auf, das damals alt und verrottet war. Der durchschnittliche Erwachsene wäre zwei Köpfe größer als das Tor. Nachdem wir alles vorbereitet hatten, gingen wir alle zur Süßes- oder Saures-Tour. Es war gegen 7 Uhr abends, als wir uns mit einigen anderen Freunden trafen und eine wirklich gute Zeit miteinander verbrachten. Gegen 10 Uhr abends gingen wir alle nach Hause. Zum Glück hatte das britische Wetter Erbarmen mit uns und es blieb den ganzen Abend trocken. Es war also sehr friedlich an diesem Abend. Wir rösteten Marshmallows, spielten Wahrheit oder Pflicht und schließlich legten wir uns zum Schlafen hin. Dann wurde es stockfinster. Die Lichterketten im Garten haben kaum geleuchtet, doch es störte mitten in der Nacht nicht wirklich. Plötzlich, wie aus dem Nichts, weckte uns etwas auf. Es war ein knarrendes Geräusch, das aus dem Hintertor kam und May wurde aus dem Schlaf gerissen. Habt ihr das gehört? Fragte sie in einem verängstigten Ton. Und gerade als sie sagte, dass sie ein Husten hörte, der von außerhalb des Zeltes kam, waren wir in voller Alarmbereitschaft. Scarlet hielt May den Mund zu, für den Fall, dass sie schreien würde. Wir horchten in die Stille hinein, als eine tiefe, kehlige Stimme ertönte und uns Gänsehaut verpasste. Wollt ihr Kinder etwas Süßes? Rief uns die raue Stimme zu. Es klang wie ein alter Mann, jemand, der zu Lebzeiten zu viel geraucht hatte. Das Rasseln kam wieder aus dem Tor. Kommt schon, ich kenne euch, ihr seid da drin. Rief die Stimme. Mays Augen füllte sich mit Tränen und ich konnte mich nicht bewegen. Es war, als wäre mein 13-jähriges Ich gelähmt. Scarlet sah mich an und nickte. Sie zeigte mir ihre Finger und zählte runter. Und das war, wann wir loslaufen würden. Als sie Null erreichte, rasten wir alle zurück ins Haus. Dieses Bild wird mir wohl immer im Kopf bleiben, als ich mich umdrehte und vor meinem Tor stand. Ich sah diesen Mann. Er hatte graue, lange Haare. Sein Bart war verfilzt und ekelhaft. Und er hatte einen gruseligen Blick auf seinem Gesicht. Es war wie das pure Böse. Er sah hungrig aus, aber nicht wie ein Mensch, sondern eher wie ein hungerndes Raubtier, als wollte er uns auffressen. In dem Moment, als der Bolzen am Tor glücklicherweise quer lag und er versuchte hineinzukommen, schaffte er es nicht. Doch hinter diesen Gittern oben auf meinem Tor sah ich etwas Glänzendes in seiner Hand. Ein Fleischermesser. Und ich zitterte vor Angst. Ich sah es und als wir es zur Hintertür schafften, drehte ich den Schlüssel um und wir rannten zum Zimmer meiner Mutter. Sie hat uns erst nicht geglaubt, aber nachdem sie aus ihrem Fenster geschaut hatte, führte sie uns hinein und schloss die Tür ab. Sofort wählte sie die 999, was dem amerikanischen 911 entspricht. Ich hörte ein Klopfen an meiner Haustür. Er muss dort hingegangen sein, dachte ich mir, aber aus dem Klopfen wurde bald ein Hämmern und ich hörte den alten Mann von draußen fluchen. Dann hörten wir Sirenen und meine Mutter legte auf. Der Mann schien irgendeinen Fluch auszusprechen, bevor er davonlief. Seine Schritte verschwanden in der Ferne, als wir ein Polizeiauto vorfahren hörten. Er wurde nie mehr gesehen. Daher konnten sie ihn auch nicht schnappen. Und sie haben ihn auch nicht gefunden. Selbst nachdem wir alle schnell unsere Aussagen machten und danach Halloween für uns gelaufen war. So schliefen wir alle im Wohnzimmer. Oder besser gesagt, wir taten so, als würden wir schlafen. Schlafen wir alle im Wohnzimmer.